die ganze zeit gerade wieder hoch man 31 meter oben bietet oh mein gott ich hab die kulette gegeben oh mein fucking gott oh mein gott ich hab die kulette gegeben klipp den diga klipp den diga klipp den diga klipp den diga oh jenno badeck meine freunde was geht ab willkommen zu einem erneuten video hier auf meinem channel und zwar heute wieder warzone so wie es eigentlich in der regel ist aber pokémon war auch geil muss ich sagen der grind ist wirklich sehr nice heute geht es um die schweizer k 31 die swiss auch genannt beziehungsweise auch die swiss für mich persönlich weiß ich nicht ist so ein ding die k ist viel mobiler viel strammer trifft öfters aber die schweizer k 31 ist halt schneller kannst du schneller flicken und alles deswegen beides sehr geil aber in diesem video die schweizer k 31 viel spaß mit den highlights am ende die klasse dazu ja wir gehen rein am ende oh mein Gott auf einmal neben mir Boah der hat aber so nen Turn-On bekommen, Aua. Ich hab den doch so markiert. Hallo Mia, ich bin Gegler raus. Wir verlieren ewig, sterben. Eh, ich bin tot. Perfekt. Verbot. Was? Wir haben zwei. Wir haben zwei, Kabi. Ja, zwei, hab ich gesagt. Zwei. Guuuut. Geh, bitte. Ich hole den. Nein. Besser. Einfach besser. Am Shop noch einer. Also nicht an dem Shop, sondern gegenüber hinter dir. Genau da. Cool. Cool. Kommt er noch? Ja. 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 Von wo? Ja. Da ist markiert. Headshot. Ja. 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 Ich habe zehnmal die Flasen gespielt. Ja. 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 Das war's, das war's. Er sagt Third Party, Digga, laber nicht, Junge. Ich hab ihn einfach aus Played, aber richtig. Hab ich gesagt, hab ich gesagt, ne? Was denn? Komm ran, wir zacken eine Runde. Oder zwei, oder drei, oder zehn. Konnte haben wir spaßen. Digga, der Typ telefoniert halt wirklich, er zackt Wausern und telefoniert einfach. So, er zickt ihn halt. Der hört sich an, wie so ein Papagei, Alter. Oh mein Gott. Du, du, du nicht. Äh, der ist über uns. Oh, cool. Cool, Sven, danke. Schön. Hast du Platten? Hier. Nee. Danke. Oder ich renne dir nie wieder hinterher, wirklich. Warum willst du mir hinterher, Mannes? Ich bin doch Kommando. Du hast eine Ahnung. Ich bin froh, dass ich mit einer Fall laufen kann. Oh, Kill-Duell. Du, du, bitte, kriegst du Geld nach B, Junge. Du stirbst jetzt. Nein. Guck mal auf Dach, den hole ich mir aber sowas von Sieb. Der hat so kassiert, oh mein Gott. Ich bin mir dabei. Das ist prima. Nein. Eine Lands und eine blauen Dach. Nein, Nein, nein. Uhhh, ah. Ich trau mich nicht. Er hat so einen Snipe bekommen. Das hat sich nicht so schön angezogen. Und ich weiß, auch noch was. Klein und Land. Und jetzt, Dach. Big Laser. ich lasse die mal pruschen Es sind 3 Stück, einer bin gerade wieder, wo ich es erregte. Der ist übrigens runtergeflossen, der auch nicht. Oh nooo. Der Hagl, das ist echt da. Ich schlude hier ein bisschen. Oh nein. Oh nein. Er wollte mich exekutieren. Nein. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Alles gut, ich habe ihn. Ich kann ihn, man kann noch mal nicht abbrechen. Da kommt noch einer. Aber wir grüßen uns rutsch. Ich finde es wohl eher, du verträgst kein Alkohol, oder? Ihr beide Alkohol? Ob ich Alkohol trinke? Nee. Eigentlich nicht. Hey, hallo. Nee. Er sagt einfach nee. Du Lugner. Du kleiner Lugner. Lugner. Ey Jungs, ich wurde getötet. Da ist ja noch Musik. Ich denke jetzt, warum weiß ich das. Ich kriege auch einen Alkohol. Wer? Ey, was macht das mit den Döten? Rücken. Bruder, hola. Präsension erstreikt. Im Haus. Hier der ist durch, der ist durch. Leifmark, da kommt noch einer der ist in Raum. Ohhhh. Der andere vier. Draußen. Alter habe ich sie gebompt. Aber okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Merci beaucoup. Au levoir. Au levoir. Au levoir. Au levoir. Au levoir. das haben wir na los mit dir junge ich mein gott was habe ich mit euch gemacht er macht mann Hilfe! Hilfe! Menno! Was ist Menno? Gegner Kassinger sind von mir. Deinem sagt gerne sein Menno. Der Fall ist näher. So meine Freunde. Der Sonne, der Leidenschaft des... Keine Ahnung. Einfach Freunde. Fürs Leben, sie sind ewig da. Sie sind da. Okay reicht. Einfach ADHS ist auch da. Wie zocke ich die Swiss K31? Und zwar zocke ich die Swiss K31 mit dem Grubenmündungsfeuerdämpfer. Mit dem Laufschnellfeuer. Ihr könnt aber auch Kampfaufklärung oder den Tiger Team spielen. Das müsst ihr für euch wissen. Ich zocke Schnellfeuer. Einfach nur damit die Schussrate höher bleibt. Und keine Nachteile entstehen. Laser zocke ich den Tiger Team Scheinwerfer. Ist klar natürlich. Magazin Standard 9 Schuss. Wenn ihr mit 7 Schuss klar kommt, könnt ihr 7 Schuss zocken. Ich finde aber Standard 9 Schuss geiler. Und unter Laufzeug den Schleifschallangriff. Ist ja klar. Gibt es nichts anderes geileres. Ja. Das war es mit dem Video. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal Freunde. 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 Piste. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü